Hallo liebe Zuschauer, unser Silvesterstadl kommt heute Abend ab 22 Uhr live aus der Sporthalle in Linz an der Donau. Wie immer haben wir viele Musikanten dabei, Riesenstimmung, schwungvolle Melodien, das einzige was uns fehlt, das sind... Haha, aber Sie sind sicherlich dabei bei unserem Silvesterstadl. Heute Abend ab 22 Uhr live aus der Sporthalle in Linz an der Donau. Servus!